In dieser Box befindet sich eines der kleinsten iPhones, das Apple je gebaut hat und wir packen es heute gemeinsam aus. So viel kann ich schon mal dazu sagen, es ist kein altes Telefon, sondern relativ neu und ich habe es, da es aber nicht mehr offiziell im Apple Store zu kaufen ist, auf einer Refurbished Plattform gekauft und hier sehen wir es schon. Und Kenner werden es sich schon denken können, es handelt sich um das iPhone 12 Mini und wir ziehen es einfach mal heraus. Hier haben wir es. Und ja, das Gerät sieht wirklich sehr klein aus. Wir kommen gleich dazu, ansonsten schauen wir, was wir noch in der Box haben. Einmal eine Hülle und das Kabel selbst, wie wir es erst schon gesehen haben, ein Lightning auf USB-C Kabel. Das wirklich interessante ist ja tatsächlich das Smartphone selbst und ihr seht schon, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr klein. Ich habe hier daneben einfach mal das iPhone XR, das ich aktuell so als Hauptsmartphone benutze und ihr seht schon, der Größenunterschied ist wirklich immens. Was die Größe an sich erstmal angeht, liegt das Smartphone in etwa zwischen iPhone 5 und iPhone 6 mit ungefähr 131 Millimeter in der Höhe und das ist wirklich eine sehr, sehr kompakte Größe. Ich kann mir vorstellen, dass das Gerät in der Hosentasche fast gar nicht auffallen wird. Mittlerweile gibt es ja leider keine Mini-Geräte mehr, deswegen könnte dieses Smartphone für sehr viele Leute wahrscheinlich echt interessant sein. Ich schalte es auf jeden Fall erstmal ein. So, da bin ich wieder. Ich habe das Smartphone jetzt einfach mal kurz eingerichtet und ja, die Größe nochmal etwas genauer mir angesehen. Zum Vergleich, wir haben hier einmal das iPhone XR, also quasi ja, so der Vorvorgänger, beziehungsweise das iPhone 11 ist halt eben genauso groß wie das iPhone XR in diesem Fall. Und dann haben wir zusätzlich noch einmal das iPhone 7, das ist ja mittlerweile wirklich schon eine ganze Weile alt. Und um das Ganze direkt mal so nebeneinander hier zu legen, das iPhone 7 ist von der Größe her gar nicht mal so viel größer als das iPhone 12 Mini. Allerdings ist es schon, ja, bemerkenswert, dass das Display tatsächlich einen deutlich größeren Teil beim iPhone 12 einnimmt. Und das ist natürlich, ja, eine Entwicklung der Zeit. Alles in allem muss ich sagen, sehe ich auf jeden Fall, wer dieses Smartphone kaufen würde. Ich glaube, es gibt da sehr viele Menschen, die eben keine größeren Smartphones haben wollen, die aber trotzdem eben viel Leistung in einem Gerät brauchen. Und hier ist das iPhone 12 Mini ja wirklich nicht sehr alt. Könnte meiner Meinung nach daher wirklich überzeugen. Außerdem habe ich mal kurz die Kamera getestet. So, das ist ja mal ein kleines Testvideo vom iPhone 12 Mini. Und ihr seht schon, die Qualität ist eigentlich echt überzeugend. Also mir gefällt sie ziemlich gut. Das Licht ist gerade gar nicht mal so gut, aber trotzdem kann man eigentlich alles erkennen. Das ist wirklich nicht schlecht. Die Qualität ist auch echt scharf. Es ist 4K bei 60 FPS, wie beim normalen iPhone 12 und quasi auch wie bei allen anderen normalen iPhones heutzutage. Und alles in allem habt ihr hier mal so einen kleinen Eindruck. Wie das Ganze aber natürlich im Alltag aussieht, das werde ich auf jeden Fall testen. Einer der Punkte, der aber in den meisten Reviews angesprochen wurde, ist die Akkulaufzeit. Klar, in so einem kleinen Gerät hat man natürlich nicht so viel Platz für einen großen Akku. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dieses Smartphone hat natürlich auch weniger Stromverbrauch durch ein kleineres Display und so weiter. Aber ich bin ja noch etwas gespannt. Also ich habe das Gerät jetzt erstmal kurz auf etwa 20% aufgeladen. Die ersten 5-10% ging schon relativ schnell runter. Aber wie das Ganze dann langfristig aussieht, das erfahrt ihr auf jeden Fall in meinem Review. Klein, kompakt und auch sehr flink. Das ist auf jeden Fall mein erster Eindruck. Es läuft natürlich alles, wie man das auch von neueren iPhones gewohnt ist. Immer noch sehr flüssig und man kann sich erstmal ja nicht groß beschweren über Performance oder ähnliches. Wie ihr sehen könnt, ist das iPhone 12 Mini also allein schon aufgrund seiner Größe ein wirklich sehr besonderes Smartphone. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das Ganze im Jahr 2024 schlägt, dann abonniert also gern diesen Kanal. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Danke fürs Zuschauen und bis bald.